Hast du irgendeine Spezialität im Häuschen? Ja, das ist ein abgeändertes Gartenblüh, den ich in einer kleineren Grösse anbiete, damit auch Frauen uns problemlos essen können. Welcher Spaß ist so herrlich, welche Küsse so ehrlich. Super Kick-Man, ist das? No, 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 no. Im berühmten Amarantis-Frauenzimmer-Lexikon neu mehr steht, machen jetzt neuerdings. An etlichen Orten werden sie auch gefüllt mit Kirschmus, Zitronat und zwar vor allem an denen Kindstaufen ausgeteilt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR